Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Feed the Beast an Lücht mit dem Christian. An Lücht. Hallo, wo sind Kai? Das ist doofe F5-Modus. Christian hat irgendwas genommen. Ja, guck mal Kai, ich guck mal wie ich schön da drin war. Guck mal, ich kann fliegen. Ja, ich kann fliegen, ohne etwas zu machen. Du brauchst auch ein Chatpack. Ne, das nutze ich jetzt nicht mehr. Oh, warte, ich muss auch mal Fullscreen machen. Nicht Wetter. Nur kein Wetter haben. Wetter ist Backen. Ich kann Backen, Chris. Was, du kannst, oh ja. Oh, was backst du denn so schön? Du fliegst in der Luft, man. Oh, geil, ey. Ähm, Sachen mal ablegen hier. Warum habe ich eigentlich so viel Zeug dabei? Ich weiß es gar nicht. Hier war schon richtig... Wo waren wir überhaupt Fliegen? Wir haben ewig lange nicht mehr gespielt, ey. Ah, das ist voll fliegen. Fuchsilber hatte ich hier rein. Fuchsilber? Ich hätte gerne eine Ladung Fuchsilber. Fuchsilber. Ähm, Brot, warum habe ich Brot? Weg damit meinen Rucksack. Willst du nur ein Schnitzel dazu, ey? Brot und Schnitzel, äh, Brötchen und Schnitzel sind das Beste. Und dann auch Ketchup dazu. Kommt die weg. Und Leute, die Senf essen, die kann ich gar nicht abhaben. Christian hasst Leute, die Senf... Ich will den Senf dazugeben. Ja. Die Leute hasse ich ja. Okay, okay. So, ist okay. Ja, ganz besonders die Wukai heißen, aber das ist... Ich esse keinen Senf. Ah, gut. Mein Bruder isst Senf. Du hörst doch... Ah, kein Wunder, dass er doof ist. Hahaha. Mag... Ich mag keinen Senf. Ich gehe mir Krabbel holen. Ey. Aber lass mal vorher schlafen. Nein. Ich will doch eh gleich Tag. Solarpanel. Ich will doch eh gleich Tag, Mann. Ja, stimmt, hast recht. Du nöp. Uh, tschüss. Kai, Kai ist nämlich... Ey. Kai, Kai ist nämlich so ein Minecraft-Nub. Oh, das ist er. Er denkt, der weiß alles. Meins. Hä? Wo kommt die Erde auf den Baum hin, Alter? Ich glaube, das war ich. Hä? Aha, Kai, Kai, aha. Nein, nein, nein. Oh, da klopft jemand an die Tür. Oh mein Gott. Lol, ich wusste gar nicht, dass der Dschungel so nahe ist. Hä? Wir hatten doch gar keinen Dschungel in der Nähe, oder? Äh, Chris, das sind 200 Meter. Ich sehe dich noch. Ah, ich sehe dich auch noch. Hi, na, wie geht's dir? Hier ist ein Dschungel, wo ich bin. Komm mal. Ernsthaft? Nein, du bist doof. Okay, ich komme gleich. Bin gelandet. No, no, hey, du hast keine Tower-Meldung gegeben. Jetzt wirst du abgeschossen von der NATO, Alter. Du musst... Nahto hört sich so an wie Nahtoderfahrung. Ein bisschen, gell? Ja. Eine Nahtoderfahrung. Oh mein Gott, Skelette. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zoome. Auf was habe ich Zoom gelegt? Ich habe F bei Zoom. Äh, FV. Äh, nee, doch F. Ich habe F. Ja, ja, R. Oh, ja, R, oh. Weißt du, warum ich nicht F habe? Äh, was hast du denn auf F? Ähm, Fliegen toggeln. Jetpack toggeln. Das habe ich auf M. Ah. Mann, der K. ist ja voll dein Nub. Nee, habe ich nicht, weil, äh, wenn du dann den, 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 äh, Laser oder so umstellst, dann tust du jedes Mal mit den Jetpack toggeln. Boah, das ist doch... Ja, nicht so schlimm, außer dann haben wir gar keinen Laser. Ich flieg weg, du kommst ja eh nicht. Ich nehm ja auf und, und da musst du sofort kommen, sonst wird's langweilig. Dann geh ich weg. Tschüss. Ich bin Uta, Mann. Also, im Geiste halt. Im Geiste, klar. Oh mein Gott, da ist was. Was ist das? Oh mein Gott. Das ist eine Bombe. Es sind überirdische... Büsche? Gibt's auch. Mit... Fuck, Generierungsfail oder so. Eisen, ne, Eisen nicht, Bronze oder so. Nein, Eisen! Eisen! Was jetzt? Was jetzt? Eisen bekommt man nochmal sau wenig von den Büchen. Naja, ich find Aluminium schlimmer. Was soll ich doch was sagen? Aluminium kriegst du doch zugeschissen. Stimmt, mit dem... Alter, ich hab sieben Eisenbüche gefunden. Auf der Oberfläche. Was, Alter? Das ist saum. Krass, Alter. Voll die kratze Schiet, Alter. Ey, voll krass, Alter. Lass uns jetzt Bunga Bunga machen. Lass uns Bunga Bunga machen. Soll ich Tote mitnehmen? Äh... Ich nehm mal Tote mit. Ja, kannst du. Wenn du ne halbe Stunde abbauen willst. Ich nehm mal ein bisschen Tote mit. Und du kannst nicht singen. Das ist der Super-Effizienz-Drill. Weißt du, wie schnell das geht? Geht trotzdem voll langsam, find ich. Ich hab jetzt schon fünf Blöcke abgebaut. Ja, ja, genau. Ich mein Ernst. Game-Mode und so, ey. Das ist der Game-Mode-Drill, Alter. Das ist einfach der... Der ist wirklich so überpowert, der Drill einfach nur. Aber mit Effizienz fünf, Alter. Aber eins war ein... Eins war... Nur vier Stück sind Totem-Teile. Eins war kein Totem-Teil. Eins war dieses... Alter, wir haben... So, ähm... Nord... Ne... Ost-Süd, wo ich fliege. So südöstlich. Sind... Ist ein Dschungel. Ist ein Winter-Biom. Ist ein Sumpf-Biom. Wo nochmal ein Dschungel hinten dran ist. Ja, dann müssten wir alle hier... So wie eine Kolonie aufbauen. Wie ein Mass-Effekt, weißt? Wo ich dann mal eine Bienenzwischen kann. Und da hinten ist... Da hinten ist nochmal... Nochmal eine Wüste. Aber das könnten wir echt machen, so cool. So ein kleiner Haus. Wobei die andere Wüste, glaube ich, näher ist an unserem Haus. Ja, die andere Wüste ist näher an unserem Haus. Ähm... Ich bin schon so weit weg. Ich suche hier eigentlich Gravel. Ja, Gravel kannst du auch unter der Erde suchen. Oder meinst du Gravel-Erz? Nee, ich suche Gravel. Da ist Gravel. Äh... Boah, ich hasse das, Alter. Wir haben nie irgendwas zu bauen, Alter. Also keine Baumaterialien. Ey, alles, alles... Was ich suche, haben wir nicht, Mann? Oh mein Gott, zu wenig! Ja, Mann. Guck mal, ich suche jetzt pure Oak-Stämme. Und jetzt gucke ich in die Kiste und gucke... LOL! Wusstest du das, wenn man mit einem Drill... Schnee abbaut, dass du dann... Äh... Schneebälle bekommst? Ja, weil's denn... Schaufel auch ist? Ich wusste aber nicht, dass es mit dem Drill auch geht. Ich bin kein Noob! Bin kein Noob! Ja. Du kannst ja mit einem Drill kannst du ja die... Äh... Mit dem Drill kannst du ja die Erze nicht abbauen, die Gravel-Erze. Ja, leider. Find ich ihn ein bisschen dumm, finde ich. Ja, es geht aber nicht anders, Alter. Mit dem anderen Drill, der nicht... Also mit dem anderen IC2-Drill geht das, zum Beispiel. Ernsthaft? Mhm. Das liegt, weil... Der Drill ist doch nur allen Plug-in von Dings, oder? Ja, weil das... Weil das ein Extra-Mod ist und, ähm... Das ist doch Plug-in, oder? Das ist doch Plug-in für IC2. Das ist der mit dem Adventure-Drill und so. Ähm, das ist dasselbe wie mit dem... Mit unserer Rüstung. Bin ich der Meinung. Ich glaube, da könnte sein. Ja, ich glaube schon. Das sind so Adventure-Sachen praktisch. Da gibt's ja auch die Adventure-Chains auch noch und so. Na, das ist schon geil. Oh mein Gott, Gravel! Oh mein Gott! Wir brauchen noch so viel Gravel eigentlich. Wie heißt denn mal da... Gibt's da eigentlich irgendwas Interessantes? Bei was denn? Was ist denn das da unten? Das interessiert mich jetzt, was das ist. Ich mach jetzt grad mal... Ich denk mal Amatit, oder... Nein, das sind Dias! Alter, auf welcher Höhe sind wir denn hier? Ist das schon so tief, dass es Dias sind? Wie viele? Wie viele? Das sind einfach mal zwölf Dias! Was ist denn das für eine Höhe? Das ist... 16, 17, 18 ist das. Kannst du doch auch schon Dias finden. Ja, aber direkt einfach mal Dias gefunden! Das ist noch ein Dias! Ich kenn voll deinen Noob, Alter. Alter, nein bin ich nicht. In welchem Spiel? Bist du kein voll-kack-Noob? Zum Beispiel in World of Tanks. Ich bin zwar nicht der Beste, aber so schlecht bin ich jetzt nicht. Ja, stimmt schon. Obwohl... Ich mein, was es da manchmal für Gegner gibt. Ja, okay, die sind auch schon total dämlich, Alter. Ich spiele nicht sehr gut, aber ich bin auch nicht sehr schlecht. Ich bin eigentlich nicht wirklich schlecht. Also, ich bin Durchschnitt, finde ich. Da wärst du ja Profi, Alter! Nein, du bist ein bisschen überdurchschnittlich. Aber auch nicht ganz. Ich bin im unteren Durchschnitt und du im oberen Durchschnitt, wahrscheinlich. Ja, gell, du Noob, Alter. Ich wollte gar keine Höhlen-Tour machen! Jetzt machst du eine. Jetzt fliege ich hier in der Höhle rum und nehme Zeugs mit. Ist das Aluminium? Ich mag kein Aluminium. Aber wir brauchen eh wieder Kupfer und Zinn und so einen Scheiß. Ich hab grad Diamanten viele mitgenommen, das finde ich geil. Oh, gell, ohne Spaß, das ist so kacke mit den Bäumen. Wo ist der Ausgang? Wer hat sich das denn einfallen lassen, dass du Knochenmehl einfach mehr, einfach voll viel, viel Bäume brauchst, Alter. Das ist so dämlich, finde ich. Brauchen wir Rocket Bees? Oh ja. Haben wir keine? Doch, aber mehr, umso mehr, umso besser. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ein Scaffold dabei habe, ich glaub schon. Du glaubst, du weißt es. Ich bin mir ziemlich sicher, eigentlich. Müsste hier drin sein, das Scaffold. Ach, das heißt gar nicht Scaffold, das heißt Scoop. Was ist nochmal ein Scaffold? Ist da, wo du Beton, also dieses flüssige Zeug, reinmachst, dass du mit Sand dann komplett trocken bist, zum Beispiel. Äh. Ah, genau. Okay. Das war die so scheiß Erklärung, die es eigentlich gibt, aber ich hab's verstanden. Was? Die war voll gut erklärt, man. Weißt du, was eine bessere Erklärung wär? Hopse. Ich glaub, in Deutsch heißt das Gerüst. Noch wieder. Ich bin dein Gravel. Ich nehm den Gravel mit, ich nehm den Gravel mit. War da nicht ein Gravel? Heißt der Gravel, Gravel-Bauer. Ey, weißt du, was so dumm ist, dass du Gravel nicht anbauen kannst? Ich will Gravel, ich will Kies anbauen, genau. Was machst du gerade? Ich baue mir Kies an. Ich streust es in die Erde. Oh, wachs, los, wachs! War doch voll geil, Mann. Also, ich würd das feiern, Mann. Ich muss mir grad so vorstellen, du streust so Kies in die Erde. Und auf einmal kommt da so ne Pflanze raus. Und ähm, aus, aus... Guten Tag. Hallo, und hau, wie geht's dir? Aus, aus der Pflanze, so wie so ne Bohne. Die machst du dann auf und dann sind da so vier Kiese drin oder so. Boah, es gibt bestimmt ein Mod, wo... Du kennst doch dieses Märchen mit diesen drei Zauberbohnen da. Da ist ne Spinne, Chris! Mit diesen Riesen, keine Ahnung, wie du's nochmal heißt. Na, keine Spinnen. Spinnen sind böse. Wir wollen irgendwann die Welt erobern, Mann. Das denk ich eigentlich von jeder Kreatur, deswegen hab ich doch kein Haustier. Nicht, dass ich hier rase, aber ich... Keine Ahnung. Oh mein Gott, eine Ratte, sie möchte die Welt erobern! Oh mein Gott, haltet sie auf! Ey, ich bin schon ein bisschen... Zum Glück kommen die... Zum Glück bin ich nicht so... Ja, weißt du, weißt du... Nicht so, nicht so, äh, hier, ähm... Ich krank, wollte ich schon sagen. Echt nicht? Kommt mir manchmal so vor. Also manchmal würdest du's auch denken von mir. Sind das Dias? Das wär cool, wenn das Dias sind. Ich wollte doch gar nicht hier so ne Runde machen. Oh, da sind Dias. Ich wollte aber auch Dias. Ich hab jetzt schon 21 Dias, Chris. Und nach was hab ich gesucht? Nach Gravel. Ich find das aber... Warte, ich komm mal heim. Ach, stimmt ja, wir dürfen uns da nach Hause... Ähm... Waypoints... Home... Teleporto. Ja, nach Hause teleportieren ist erlaubt, sonst nix. E.T. nach Hause teleportieren! Das hab ich auch grad gedacht. Chris, hör auf... Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Kann ich nicht. Das ist ein Mythos, was man Gedanken lesen kann. Dieser Mythos ist... Myth... 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 Das heißt, was man machen kann, ist, 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 den Menschen zu lesen, was er gerade denkt. Aber auch nur nicht perfekt, so... Man kann auch Pferden lesen. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Das ist sehr unerhurtig, geil. Lass mich. Ähm, wo sehen die Büsche? Weiß ich nicht. Oder Mod-Zeug oder so. Nein. Ach, hör auf zu lügen, Mann. Erschloch. Oh, Chris, nein, die Folge ist rum! Was, jetzt schon? Ja! Ah, da sind die Eiligsten. Oh. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Fitty Beast an. Warte, ich möchte den noch ganz kurz zeigen. Oh, guck mal hier, ein Phamium-Pickaxe hier. Smite, was kein Mensch will. Kupfer hier, so ein Dreck, so. Okay. Bewerten bitte nicht vergessen, dann würde ich sagen, tschüss und bis zur nächsten Folge. Bis! Tschüss!